Und damit Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Folge 0, beziehungsweise erstens zurück und herzlich willkommen zu Folge 0. Ja, wir sind wieder bei Sea of Thieves gelandet und zwar aus einem ganz einfachen Grund, heute kam das Update raus für A Pirates Live, die Geschichte von Jack Sparrow hier in Sea of Thieves und wir werden live sein ab 19 Uhr bei der lieben Susanne auf dem Nerdvibe-Kanal sowie bei Markus. Ja, die alte Crew, die Boneless Claw, wird wieder in See stechen und wir werden mal schauen, ob wir Jack Sparrow bei seinem Abenteuer helfen können oder nicht, aber ich glaube, das sollte machbar sein für unsere Crew. Aus dem einfachen Grund, weil wir genauso chaotisch und verrückt sind wie Jack. Passt einfach. Genau, wir werden ab morgen hier Sea of Thieves auf dem Kanal haben. Ich versuche es täglich zu machen, aber wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wie viele Folgen wir da mal aufnehmen können pro Woche, pro Tag. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Aber wir werden es auf jeden Fall spielen. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich hoffe ihr auch. Ja, heute, wie gesagt, Folge 0 kommt nur heute, Folge 1 kommt morgen und joa, ich bin super, 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 super gespannt, wie das gleich losgeht und wie es abgeht hier. Joa, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Wir haben eine neue Welt vor uns, die mehr Abenteuer für uns bereithält als bisher. Wir haben eine Welt vor uns, in der auch Davy Jones vorkommen wird. Da bin ich sehr gespannt, wie sie den einbauen. Ich bin generell gespannt, wie sie Captain Jack Sparrow einbauen, nachdem er ja mehr oder weniger der Crew beitritt. Also hast du praktisch dann eine 5-Mann-Crew. Weiß nicht, ob er selber so sein Ding macht oder ob wir ihn mitsteuern können. Ich weiß nicht, ob es PvP ist in die Welt, wo wir reisen oder ob es, wie gesagt, wir gegen Computer sind oder gegen die KI, in Anführungszeichen. Wir haben neue Monster, die auf uns warten und es ist so viel neu, ich freue mich einfach, ich freue mich einfach. Wie gesagt, für die, die es jetzt oder die, die Folgen, die heute schon die Folgen von morgen sehen wollen, drücken wir es so aus, können heute, ich sage es nochmal, bei der Susanne reinschauen, bei dem lieben Nerdvibe oder eben bei Markus auf dem Kanal. Wie gesagt, die YouTube-Kanäle sind unten verlinkt. Twitch einfach raussuchen. Genau, und dann könnt ihr heute schon das sehen, was bei mir morgen und die nächsten Tage kommen wird. Genau, so, dann habe ich, glaube ich, alles gesagt. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen bei dieser Folge 0. Wir sehen uns dann morgen wieder zu Folge 1 oder eben jetzt gleich im Livestream, je nachdem, wo ihr gerade seid, liebe Freunde. 19 Uhr geht's los. Und joa, ich freue mich riesig auf euch. Und wir freuen uns riesig auf euch. Und die Boundesklau freut euch sich riesig. Wir freuen uns alle riesig. Bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.